Mein Name ist Sharon Milliman und ich werde heute mit Ihnen über meine zweite Nahtoderfahrung sprechen, die meine größte und tiefste Nahtoderfahrung ist. Und was passiert ist, dass ich 2005 alleine auf der Hintertreppe hinter meinem Haus saß und es anfing zu regnen. Und ich spreche mit einem schnurlosen Telefon. Und ich hörte Donner und dann ein lautes Knacken und den Blitz. Ich sah ihn vom Himmel kommen und er traf meinen rechten Arm. Und nachdem es das getan hatte, durchdrang es meinen Körper und wanderte unter dem Haus hindurch. Und es traf den Transformator vor unserem Haus und machte unsere Nachbarschaft ohne Strom. Und als der Blitz mich traf, fühlte ich diesen brennenden, sengenden, quälenden Schmerz, der andauerte. Und dann schäle ich mich plötzlich von meinem Körper ab, als würde ich eine Banane schälen. Und ich ertappte mich dabei, ins Haus zu gehen. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich tot war. Also gehe ich durch mein Haus und bin in der Küche. Und ich sehe mich um und alles sieht golden aus. Und während ich mich umsehe, sehe ich die Vorhänge an den Fenstern neben dem Waschbecken. Und mir fiel auf, dass diese Gardinen nicht meine Gardinen waren. Und ich sah mich weiter um und ich bemerkte, dass ich, wir waren ins Esszimmer gegangen. Und ich bemerkte, dass die Esszimmermöbel nicht meine Möbel waren. Dann ging ich ins Wohnzimmer und bemerkte, dass diese Möbel nicht meine Möbel waren. Und ich habe diese alte Radiosendung spielen hören. Es klang wie etwas von den Waltons und ich konnte es nicht finden. Ich wusste nicht, woher das Geräusch kam. Und ich war im Moment sehr verwirrt. Ich hatte keine Ahnung, dass ich tot war. Das war mein Haus. Aber ich wusste nicht, wessen Möbel es waren. Ich wusste, wie man das im Haus umgeht. Die Zimmer sehen alle gleich aus, aber die Möbel waren alle unterschiedlich. Und gerade zu der Zeit, als ich in Panik geriet, war da diese große, große Liebe, Präsenz, die bei mir war. Und er, er erfüllte mich mit Misstrauen, mit tiefem Gefühl von Liebe und Mitgefühl. Und ich hatte keine Angst mehr. Und es fühlte sich an, als hätte er mich einfach in diese Decke gehüllt und mich einfach abgeholt. Und wir haben angefangen, uns sehr schnell seitwärts zu bewegen. Wir sind nicht aufgestiegen. Wir sind nicht runtergegangen. Wir gingen zur Seite und bewegten uns sehr schnell durch diese wunderschönen rosa und goldenen Wolken. Und als wir das Ende der Wolken erreichten, Da war dieser herrliche Garten und genau diese Wache bis zum Eingang des Gartens. Da waren diese beiden jungen Männer, die hervortraten, und sie trugen eine sehr teure Loungehose aus Lein und ein offenes Hemd. Aber damit sie mir das Wellenmuster gezeigt haben, muss es sehr wichtig gewesen sein. Es war teuer. Ja, Stoff, es war ein Fischgrätmuster, wie sie mir gezeigt haben. Und zuerst dachte ich, sie wären Engel, weil sie buchstäblich leuchteten. Und dann traf es mich. Sie waren keine Engel. Es waren meine beiden Brüder, die gestorben waren, als sie noch Babys waren. Weißt du, ich hatte sie nie getroffen. Und sobald sie lächelten, war es wie, Oh mein Gott, sie sahen genauso aus wie mein Vater, als mein Vater ein junger Mann war. Und wir hatten einfach dieses wundervolle Familientreffen mit den Umarmungen und Du weißt schon, Tränen. Und ich habe mich so gefreut, sie zu sehen. Und ich sagte ihnen immer wieder, dass sie genauso aussahen wie Papa und dass sie so stolz auf sie sein würden. Sie hatten beide längere Haare als mein Vater. Und es war ein dunkleres, dunkleres Blond mit dieser Farbe, als ob meine Haarfarbe durch ihr Haar lief und sie buchstäblich leuchteten. Während wir uns also unterhielten und, weißt du, uns umarmten und unser Wiedersehen hatten, gingen wir weiter in den Garten hinein. Und das merke ich. Ich konnte das Gras an meinen Füßen spüren und es war weich. Die Luft war süß und frisch und die Farben waren so reich und lebendig. Als ob die Rosatöne rosafarbener wären, die Rottöne röter, die Gelbtöne einfach zu brillant, viel brillanter. Und dann gab es Farben, für die ich nicht einmal Namen hatte. Und als wir weiter in den Garten gingen, bemerkte ich, dass sich eine ganze Reihe von Menschen um mich versammelten und sie kamen aus allen verschiedenen Epochen. Einige der Frauen trugen diese schönen Kleider und einige der Männer trugen schicke Anzüge. Und dann waren da noch andere Leute, die verschiedene Arten von Kleidung trugen. Einige waren wie in einer Lounge, andere trugen Jeans, die wir gerne hätten und was wir heute tragen würden. Aber ich wusste, wer sie waren und sie kannten mich. Aber ich wusste nicht, woher ich sie kannte. Und jeder, den ich sah, leuchtete von innen heraus. Und ich habe niemanden gesehen, der über 20 oder Anfang 30 Jahre alt war. Es gab keine alten Menschen, keine kranken Menschen, niemand weinte, niemand hatte Schmerzen oder Leid. Ihre Haut war rosig und sie waren gesund und kräftig und absolut strahlend und so. Und jeder schien diesen Glanz an sich zu haben. Und diese riesige, liebevolle Präsenz, die hinter mir war, bewegte sich von neben mir zu hinter mir. Und dann waren meine beiden Brüder einer auf beiden Seiten von mir. Und dann versammelten sich all diese anderen Leute und es war Zeit für meinen Lebensrückblick. Es war, als wäre eine Leinwand heruntergefallen und ich sah mir diesen altmodischen Film an und er bewegte sich sehr schnell. Und es war mein Leben von der Zeit an, als ich ein Baby war, bis zu dem Zeitpunkt, als ich an diesem Tag im Hinterhof starb. und ich habe es mir angesehen und es schien, als wäre es wirklich sehr schnell vorbei. Und ich hatte kein Urteilsvermögen. Ich hatte kein Gespür dafür. Von allem, außer dass ich dachte, es wäre wirklich kurz und ich dachte, wow, etwas fehlt. Mein Leben muss wirklich langweilig gewesen sein, weil es sehr schnell vorbei war. Und mir wurde immer beigebracht, dass es Urteile gibt und dass das nicht passiert ist. Es gab kein Urteil. Ich wurde einfach so sehr geliebt und ich wurde so akzeptiert und so etwas hatte ich noch nie erlebt. Und es war einfach so große Liebe. Diese riesige, liebevolle Präsenz, die hinter mir lag, war, wie ich wusste, Gott. Und dann haben meine Brüder und all diese Leute mich einfach geliebt. Es gab niemanden, der mich beurteilte oder verurteilte oder so. Ich hatte sogar meine Brüder gefragt, was fehlt. Warum ging das so schnell? Weißt du, weil mir immer beigebracht wurde, dass es Urteile gibt. Und so war ich überrascht. Und ich habe mich nicht selbst beurteilt. Gott hat mich nicht beurteilt und niemand sonst hat es getan. Und so war es einfach vorbei. Und dann. Ich hörte eine männliche Stimme sagen, was du ins Universum gebracht hast, wird zu dir zurückkehren. Und ich hatte noch nie solche Worte gehört, also wusste ich nicht, was das bedeutete. Und. Ich war an eine riesige Flasche Wissen angeschlossen und es war, als würde ich von dieser göttlichen Weisheit und diesem Wissen durchdrungen. Und so war ich darüber schockiert. Ich sagte, oh mein Gott, oh mein Gott, weil er mir zeigte, wer er war, was er war, wie das Universum zusammengesetzt war und dass alles sehr einfach war. Und wir Menschen machen alles so kompliziert. Und es war überhaupt nicht kompliziert. Und eines der Dinge, die mir gezeigt wurden, war, dass das, was du ins Universum gebracht hast, zu dir zurückkommen wird. Also was du sagst und was du denkst und was du tust, deine Handlungen gehen hinaus ins Universum und es wird größer und stärker und irgendwann wird das zurückkommen und dich erwischen. Wenn du also Liebe und Güte, Mitgefühl und Akzeptanz und all diese wunderbaren Dinge ausbringst, dann sind das die Dinge, die zu dir zurückkehren werden. Aber wenn du Lügen, Stehlen und Betrügen rausbringst, wird dich das einholen. Also, das war eine lebensverändernde Lektion für mich. Als ich zurückkam, wurde mir klar, dass ich wirklich vorsichtig sein muss, was ich sage und ich möchte niemandem wehtun, niemals. Deshalb bin ich sehr vorsichtig mit dem, was ich sage und was ich tue und versuche immer aus Liebe und Akzeptanz, Toleranz und Verständnis zu handeln, denn das ist es, was ich zu mir zurückkehren möchte. Also dann danach. Wir gingen weiter durch den Garten und ich konnte alles sehen. Ich musste meinen Kopf nicht drehen. Ich konnte alles sehen und es gab keine Zeit im Himmel. Es kam mir vor, als wäre ich wochenlang dort gewesen und ich habe diese Musik gehört und mir wurde klar, dass alles vibriert. Die Blätter an den Bäumen vibrierten. Das Gras hatte eine andere Vibration. Da war dieser herrliche Bach, der über die Felsen floss und er funkelte wie eine Million Diamanten, wenn das Licht auf ihn traf. Und es war einfach wunderschön und mir wurde klar, dass das Wasser eine andere Schwingung hatte und die Felsen noch einen anderen Klang hatten und die Vögel, die sangen, hatten eine andere Schwingung. Jede Farbe hatte eine andere Vibration. Und wenn Sie all diese vibrierenden Klänge zusammenfügen, erhalten Sie das großartigste Orchester und den großartigsten Chor. Und jedes einzelne Ding war, Loblieder auf Gott zu singen. Es war so wunderschön. Es ist, als ob du drei oder vier oder fünf Orchester zusammenstellst und du hast all diese Seiteninstrumente und Trommeln und klingelnde Glocken und Klaviere und all diese verschiedenen Klänge und du kombinierst all diese verschiedenen Instrumente. Du hast dieses großartige Musikstück und so hat es sich angehört. Einfach richtig große, große Musik. Sehr komplexe Musik. Und dann sah ich mich weiter um und es war wie der herrlichste Frühlingstag. Der Himmel war wunderschön blau und ich bemerkte, dass es eine Kugel am Himmel gab. Es sah vielleicht aus wie der Mond oder die Sonne ohne Licht, weil das Licht nicht von einer Sonne kam. Das Licht kam von Gott, dem Herzen Gottes. Und das wurde mir klar, als ich mich umsah. Alles hatte diesen Glanz. Nun meine Brüder, sie waren es, die mir gesagt haben, dass ich gestorben bin. Und ich dachte, okay, ich schaffe das mit all dieser Schönheit und all dieser Liebe und Akzeptanz und allem. Ich dachte, okay, ich schaffe das. Und ich hatte keine Angst. Aber als sie mir sagten, dass ich gestorben war, schaute ich von vorne nach unten und konnte meine Haare sehen. Ich ging vor mir runter und ich konnte meine Kleidung und meine Füße sehen und ich hatte einen Körper. Aber es war ein leichter Körper. Es war nicht schwer oder durch das Trauma der Welt oder die Schwerkraft belastet oder irgendwas Ähnliches. Es war sehr hell und sehr hell. Und ich leuchtete genauso wie alle anderen auch. Aber ich hatte immer noch meine Identität. Ich war immer noch ich. Ich dachte wie ich. Ich sah aus wie ich. Nur eine bessere Version. Und wir sind einfach weiter durch den Garten gelaufen. Mir fiel diese wunderschöne, herrliche Stadt auf und sie lag etwas abseits von meinem Stand in der Ferne links. Und es gab eine goldene Mauer, die die Stadt umgab. Und das muss die Barriere gewesen sein. Weißt du, ich konnte diesen Punkt nicht überschreiten. Und ich habe Gebäude am Stadtrand gesehen und sie waren aus dem schönsten weißen Marmor gebaut. Sehr aufwändig geschnitzt. Es gab Torbögen und Säulen. Ich habe einen Ort gesehen, an den Babys und Kinder gehen, wenn sie sterben. Und dort habe ich Kinder gesehen. Und es gab verschiedene Altersstufen und Stufen und sie rannten herum, lachten und spielten. Und sie werden von Menschen betreut, die vor ihnen verstorben sind, kennen Verwandte und Engel und Mentoren und Lehrer und Menschen, die speziell dafür ausgebildet sind, sich um diese verstorbenen Kinder zu kümmern. Und dann sah ich ein anderes Gebäude und so. Es sah aus wie ein vielleicht spirituelles Krankenhaus. Es wurde auch erfunden. Alle diese Gebäude wurden aus dieser Art von sehr aufwendig geschnitztem Marmor gebaut. Aber außerhalb dieses speziellen Gebäudes gab es Heilbecken. Dieses besondere Gebäude war für Menschen gedacht, die gestorben waren, traumatische Todesfälle oder Selbstmordopfer oder Menschen, die sehr schnell starben. Und es waren auch Menschen da, Engel, Mentoren und Lehrer, die halfen diesen Menschen auf sanfte Weise bewusst zu machen, wo sie waren und was passiert war und dass sie geliebt wurden und dass es ihnen gut geht. Mir wurde klar, dass alles im Himmel sehr, sehr sanft war. Es war nicht hart, wie wir es hier finden. Ich habe dieses andere Gebäude gesehen und es sah aus wie diese herrliche Bibliothek. Es war von der Decke bis zum Boden voller Bücher, nur eine Unmenge Bücher zu jedem Thema. Und das Innere des Gebäudes sah aus, als hätte es tiefe, reiche Bücherregale und Leitern aus Mahagoni, auf denen man sich bewegen konnte, die man hinaufklettern konnte, um die Bücher nach oben zu bekommen. Und ich nannte es die Halle des Wissens. Ich sah ein anderes Gebäude und drinnen fand eine Party statt und da waren Frauen und diese schönen Kleider. Sie waren wie rosa und burgunderrot und wie safirblau und smaraggrün und gelb und all diese schönen Farben. Und sie hatten Juwelen, die zu ihren Kleidern passten. Und als ich dann durch den Raum schaute, waren da Männer in schicken Anzügen. Steuern Ich sah einen Mann in der Ecke links vom Raum und er saß an diesem Babyflügel und spielte. Und auf dem Klavier befand sich ein Kristallbass mit wunderschönen, langstieligen Rosen und sie flossen einfach aus dem Raum auf das Klavier. Und oben stand ein goldener Kandelaber. Und einige der Leute im Raum lachten und redeten, andere aßen und manche tanzten. Und da waren diese Tische, die einfach mit wunderschöner Bettwäsche beladen waren und es gab riesige Blumenarrangements, die die gleichen Farben hatten wie die Kleider der Damen. Und an jedem Ende des Tisches stand ein Kandelaber. Und es gab silberne Tabletts. Und auf den silbernen Tabletts gab es Fleisch und Käse und Brot und Gebäck sowie Obst und Gemüse. Und einfach alles, was man essen wollte, war auf den silbernen Tabletts, die auf diesem Tisch standen. Und da waren diese Gemälde. Für mich sehen sie aus wie sehr teure Gemälde. Es gab einen riesigen, riesigen Kronleuchter. Es war wahrscheinlich so groß wie mein Wohnzimmer. Und auf dem Boden lag ein rosafarbener Plüschteppich und der Boden war aus Marmor. Und da war ein Mann, der ein silbernes Tablett trug und Champagnergläser für alle herumreichte. Das war also eine sehr fröhliche Party. Es war eine Art freudiges Fest. Danach werden meine Brüder und ich weiter durch den Garten gehen. Und ich bemerkte den Farbenreichtum und die Süße der Luft und wie sauber sie war. Es war so sauber. Und ich bemerkte, dass es diese beiden Häuser gab. Sie waren rechts von mir. Einer von ihnen saß auf einer Klippe und es sah aus, als ob sich darunter ein Ozean befand. Und ich konnte sehen, wie die Wellen zu den Felsen unter diesem Haus aufstiegen. Und dieses Haus bestand aus verschiedenfarbigem Stein. Wenn also das Licht auf die Steine traf, funkelten sie und nahmen verschiedene Farben an. Es gab ein anderes Haus, das aussah, als wäre es nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. Es war auch aus Stein gebaut, aber es sah aus wie ein englisches Häuschen und hatte einen schönen Rosengarten im Hinterhof. Im Zentrum der Stadt gab es ein Gebäude, aber es war ein großes braunes Gebäude mit einer goldenen Kuppel. Ich bin nicht in das Gebäude gegangen, also weiß ich nicht, was das Gebäude war. Mir ist gerade aufgefallen, wie groß es war und dass es in der Mitte war und dass es die goldene Kuppel hatte. Und dann gingen meine Brüder und ich weiter und in der Ecke war ein Hain voller Bäume. Ich weiß nicht, was für Bäume das waren, aber ich sah Jesus aus dem Baumhain kommen und er ging auf mich zu und als er auf mich zuging, verschwanden meine beiden Brüder. Ich habe keine Ahnung, wo sie hingegangen sind. Er lächelte mich an und ich hatte einfach Ehrfurcht vor ihm. Er war so wunderschön und er sagte zu mir, und das war mein erster Hinweis, dass ich zurückgeschickt werden würde. Er sagte zu mir, ich liebe dich, ich bin bei dir, hab keine Angst. Und dann ging er mit mir rüber zu dieser wunderschönen bewaldeten Schlucht und da war ein Bach. Und neben dem Bach lag ein Baumstamm auf dem Boden. Und ich konnte die Tannenzapfen und die Tannennadeln sehen. Und da waren diese kleinen blauen Blumen, die aus den Tannennadeln hervorsprangen. Und ich hab mich auf den Baumstamm gesetzt und als ich das getan habe, geht Jesus weg. Und am anderen Ende des Blocks saß ein Mann und ich wusste, dass dieser Mann Gott war. Und er hatte den Stock und spielte irgendwie mit den Tannennadeln oder kritzelte im Gras oder was auch immer. Und er sah zu mir rüber und sagte, was würdest du tun, wenn es nur ich und du wären? Ich habe die Frage nicht verstanden. Und er lächelte mich an und sagte, was würdest du tun, wenn es nur ich und du wären? Und ich habe die Frage immer noch nicht verstanden. Und so lächelte er mich wieder an. Und er stand auf und sagte, komm mit mir. Also stand ich auf und wir gingen weiter in das bewaldete Tal hinein und es gab eine Lichtung. Und auf der Lichtung winkte er irgendwie mit der Hand. Und als er das tat, öffnete sich der Himmel irgendwie. Und ich konnte die Weite des Universums sehen. Ich konnte die regenbogenfarbenen Gase und die rotierenden Planeten und die funkelnden Sterne sehen. Aber es waren keine Leute da. Es gab keine Bäume, keine Autos, keine Häuser. Ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, es sei riesig und leer und es ist nichts drin. Also sah ich Gott an und sagte, wenn es all das und ich und du wären, wärst du meiner überdrüssig. Nach den ersten ten Minuten würdest du mich wegen all meiner Fragen und meinem Geschwätz nicht mehr mögen. Und er warf seinen Kopf zurück. Und als er das tat, funkelten seine Augen wie Diamanten. Und sein Lachen war sehr ansteckend. Und so fing ich an, über mich selbst zu lachen und dachte, oh mein Wort, was für eine Sache Gott zu sagen. Und so war mir meine Reaktion irgendwie peinlich. Aber er hat gelacht. Also gingen wir zurück und lehnten uns auf den Baumstamm zurück. Und er fragte mich noch einmal und sagte, Was würdest du tun, wenn es nur ich und du wären? Keine Eltern, kein Ehemann, keine Kinder, keine Freunde. Niemand. Nur du und ich. Nun, ich wusste immer noch nicht, wie ich diese Frage richtig beantworten sollte. Und so schaue ich mir diese wunderschöne Eiche an, die vor mir stand. Und sie war wahrscheinlich eine Milliarde Jahre alt und riesig. Und ich bemerkte die Details der Rinde und ich bemerkte die Wurzeln unter der Erde und ich konnte sehen, wie die Wurzel die Nährstoffe aus dem Boden zog und die Nährstoffe durch den Baum in die Blätter gelangen und dass die Nährstoffe und das Licht Nahrung für die Blätter liefern. Und die Blätter reinigen die Luft und wir atmen die Luft ein. Und so ist alles mit allem anderen verbunden und hängt stark von allem anderen ab. Es spielt also keine Rolle, wie klein Gottes Schöpfung ist. Sie ist sehr, sehr wichtig für die gesamte Schöpfung. Und ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, weil ich in meinem Leben noch nie den Koran gelesen habe. Ich habe es nie abgeholt. Ich habe es nie gesehen. Ich weiß nichts darüber. Aber aus irgendeinem Grund sagte ich, Gott, dein Name im Koran ist Gott, ist überall. Gott ist nirgends und Gott ist in mir. Und er sagte, ja, das stimmt. Und dann sagte ich, Gott, du hast diesen Baum gemacht. Du bist in diesem Baum. Also wenn ich diesen Baum sehe, sehe ich dich. Er sagte, ja, das stimmt. Und dann fing ich an, an meine Eltern zu denken und sagte, Gott, du hast meine Eltern geschaffen. Du bist in meinen Eltern. Also, wenn ich meine Eltern sehe, sehe ich dich. Und er sagte, ja, das stimmt. Nun, dann habe ich dasselbe über meine Kinder gesagt. Und dann fing ich an, darüber nachzudenken. bestimmte Menschen, die sehr grausam waren und mich in meinem Leben verletzt hatten. Und ich sagte, Gott, es gibt Menschen auf dieser Welt, die sehr grausam sind und andere Menschen verletzen. Ich sagte, aber du hast diese Leute geschaffen. Du warst in diesen Leuten. Also, wenn ich diese Leute sehe, sehe ich dich. Er sagte, ja, das stimmt. Er sagte, jetzt habe ich eine Frage an dich. Dann dachte ich, oh mein Gott, er fragt mich, wenn du in den Spiegel schaust, was siehst du? Und ich. Ich legte sozusagen meine Hände in meinen Schoß und schaute nach unten, weil meine Antwort, die ich wusste, nicht die richtige Antwort war, aber normalerweise wäre meine Antwort nur ich gewesen. Das ist es. Aber ich hielt es nicht für richtig, das zu sagen. Das habe ich gesagt, Gott, du hast mich zu deinem Feind gemacht. Wenn ich also in den Spiegel schaue, sehe ich dich. Und er war so glücklich. Er sagte, ja, das stimmt, das ist richtig. Und seine Augen funkelten einfach. Sie waren das blaueste Blau, das ich je gesehen hatte. Und sie funkelten einfach wie Diamanten, als er lächelte. Als ich Jesus sah, waren seine Augen braun. Gottes Augen waren blau. Als ich also sagte, dass Gott mich wissen lässt, dass ich keine Fehler mache, ich mache keinen Müll. Und du bist nicht all die Dinge, von denen die Menschen auf dieser Welt dir gesagt haben, dass du glauben sollst, dass du es bist. Mein ganzes Erwachsenenleben lang wurde mir gesagt, ich sei fett. Ich war hässlich. Ich war dämlich. Und ich habe es geglaubt. Und Gott hat gesagt, dass ich dich nicht so geschaffen habe. Du bist nicht all die Dinge, von denen dir die Welt sagt, dass du es bist. Und das war es auch. Eine so große Offenbarung in meinem Kopf, dass ich nicht all diese Dinge war, dass Gott mich nicht so sah. Und es war einfach, als würde ich mich in meinem Kopf drehen. Weißt du, es war eine große Offenbarung für mich. Und dann. Wir haben ein bisschen mehr geredet. Und dann kamen diese beiden Engel vorbei und sie hatten keine Flügel. Sie trugen diese wunderschönen, reich verzierten Kleider. Und sie brachten mich in dieses sehr ruhige Wasser. Und als ich das tat, konnte ich die Erde unter mir sehen. Und ich habe gesehen. Zukünftige Weltereignisse. Ich habe gesehen, wie Dinge auf der Erde in verschiedenen Teilen der Erde geschahen. Ich habe viele schreckliche Wetterveränderungen gesehen. Vulkane und all das. Erdbeben und Tsunamis und all diese Dinge. Aber ich sah dunkle Wolken oder etwas, das wie Wolken aussah, über verschiedenen Regierungshauptstädten und verschiedenen Teilen der Welt. Und dann sah ich Unruhen und Menschen, die Regierungen stürzten. Und ich sah viele Aktivitäten rund um die Anschläge vom Eleven. September oder als Folge davon, dass Frauen und Kinder als menschliche Schutzschilde benutzt wurden. Ich habe gesehen, wie Leute zerschnitten wurden. Ich habe überall in verschiedenen Teilen der Welt gesehen, wie es losgeht. Mir wurde gezeigt, dass unser Geldsystem zusammenbrechen wird. Tatsächlich sagte der Engel, dass unser Geld das Papier nicht wert ist, auf dem es geschrieben steht. Mir wurde gezeigt, dass Goldmünzen verwendet wurden, um Dinge zu kaufen. Und mir wurde gesagt, dass wir irgendwann wieder zum Tauschsystem zurückkehren würden, wie wir es vor Jahren getan haben. Und es gab noch viel mehr. Die Engel sagten, dass diese Dinge nicht passieren müssen, dass es der kollektive Egoismus der Menschen ist, der dafür sorgt, dass diese Dinge geschehen und dass sich die Menschheit ändern kann. Und wenn wir uns ändern, werden diese Dinge nicht passieren. Aber bis jetzt haben wir uns nicht verändert. Danach wurde ich zu meinem Körper zurückgeschickt und ich erinnere mich, wie ich neben der Treppe aufwachte und die Treppe, auf der ich saß, hatte Chalmers Black Char-Markierungen an der Stelle, an der ich saß, und das Telefon, mit dem ich sprach, war schwarz verkohlt und es war auf der anderen Seite des Gartens. Und als ich wieder in meinen Körper kam, war das am schmerzhaftesten. Es war schrecklich, einfach dieser brennende, brennende, quälende Schmerz, der in meinem Arm lag und über meine Brust ging. Und ich habe eine medizinische Dokumentation über einen rechten Bündelzweig in meinem Herzen. Und ich habe einen Anfall durch den Blitzschlag. Und diese ganze Erfahrung hatte einen so großen Einfluss auf mein Leben. Als ich zurückkam, war ich nicht mehr ich. Ich war ganz und gar jemand anderes. Und ich habe ungefähr sechs Monate in einer sogenannten pinken Blase verbracht. Es ist diese Einheit, diese totale und vollständige Einheit mit Gott. Es war, als hätte ich immer noch einen Fuß im Himmel und einen Fuß auf der Erde. Und ich weiß, dass, weißt du, viele Leute darüber reden, dass man das Gesicht Gottes nicht sehen kann, ohne zu verbrennen. Also so etwas steht in der Bibel. Aber ich war nicht am Leben. Ich war tot, als ich ihn sah und er zeigte mir das Gesicht, das er mir zeigen wollte. Er kann sich zeigen, wie er will und er hat sich entschieden, mir diese besondere Version von ihm zu zeigen, weil es für mich angenehm war. Und wenn er mir nur einen brennenden Busch zeigen würde, nun, ich wurde einfach vom Blitz getroffen. Ich wäre in die andere Richtung abgehauen und es hätte keine Diskussion gegeben, oder wenn er sich einfach auf andere Weise gezeigt hätte. Er kannte mich so gut. Er wusste genau, wie man als liebender, fürsorglicher und mitfühlender Mann auftritt. Und das haben wir getan. Und er hat mir beigebracht, dass er jeden Einzelnen von uns genauso liebt, als ob wir die einzigen wären, die er jemals geschaffen hat. Und ich habe durch das ganze Gespräch mit ihm gelernt, dass es nur um dich und ihn geht, weißt du, jeder von uns. Es geht nur um unsere persönliche Beziehung zu ihm. Das ist es. Wir sind ein sehr kleiner Teil seiner Schöpfung. Wir sind sehr wichtig für seine gesamte Schöpfung. Aber er liebt jeden Einzelnen von uns, als wären wir das Einzige, was er je geschaffen hat. Und er liebt uns jede Sekunde eines jeden Tages. Und jedes Leben hat einen Sinn. Und dass er keine Fehler macht und keinen Müll macht und er weiß, was er tut. Und wir sind aus einem bestimmten Grund hier. Und ich dachte immer, er wäre nur ein alter Mann, der mit einem langen, weißen Bart in einer Ecke sitzt und diese Häkchen abhakt. Von all den Dingen, die ich falsch gemacht habe. Aber das ist nicht der Gott, den ich getroffen habe. Er war so mitfühlend, lustig und liebevoll. Und es wurde kein Wort darüber gesagt, was ich falsch gemacht habe. Er hält dich für wertvoll. Wir alle sind wertvoll. In seinen Augen sieht er uns nicht so, wie die Welt uns sieht. Und ich muss meinen Standpunkt ändern und mich nicht selbst sehen. Als die hässliche, dumme Person, von der mir jeder gesagt hat, dass ich sie bin, weil er mich nicht so gesehen hat. Z. 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 We all fall in when the love's in our eyes.